Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 28.02.2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 572 und heute bin ich wieder alleine. Für all diejenigen, die es per Twitter mitbekommen haben, die Verspätung tut mir leid. Gestern nach Mitternacht eingekommen vom Mobile World Congress und einfach komplett kaputt. Ich bin an der Gepäcksausgabe des Flughafens in Basel stehend eingeschlafen. Kann man machen, muss man aber nicht. Jetzt geht es weiter mit den News. Apple Music, USB Type-C, Swift 5, Tim Cook, Wozniak, Update, Google Home und Sunrise und UPC. Ich beginne gleich mit dem ersten Thema. Das hatten wir, glaube ich, gestern oder vorgestern in der Daily mit drin, dass der Apple Music Dienst nächstens auf dem Google Home oder über die Google Home App zu empfangen sei. Das hat sich, wie Google mittlerweile rausgelassen hat, als ein Fehler herausgestellt. Denn das werden sie nicht tun. Keine, ja, kein Erzrivale draufspielen oder wie auch immer. Weiter geht es mit USB Typ C oder USB der dritten Generation. Da wurde eine weitere Umbenennung fortgesetzt. Und wen es interessiert, lest euch den verlinkten Beitrag vor. Denn das Ganze ist nicht mehr ganz so komplex, also so einfach. Es bringt ziemlich ein Durcheinander auf den Markt, denke ich doch. Vor allem auf die Geräte oder die Produkte, die schon draussen sind und eventuell sogar umgelabelt werden müssen. Also USB 3.1 Generation 2 wird zukünftig USB 3.2 Generation 2 und so weiter. Warum sie das getan haben, auch das ist im Beitrag mit drin. Dass das Ganze einfach logischer wird. Ja, wir werden es sehen. Es gibt Neuigkeiten zu Swift 5. Daran arbeitet Apple stetig an der Erweiterung, an der Verbesserung. Und was es da Neues gibt, da hat sich ein Apple-Ingenieur in einem Podcast gesetzt, Swift bei Zadel, und ihm da in einem Interview, dem Can Zadel, ein bisschen erklärt, was die Neuigkeiten an Swift 5 sind. Wer sich also fürs Programmieren interessiert, hat das eventuell schon gehört. Wer sich für Programmieren auf iOS und macOS Devices interessiert, wahrscheinlich noch eher. Und wer einfach sonst neugierig ist, hört es euch an. Ist auf jeden Fall hörenswert, wie ich finde. E-Mails an Tim Cook. Das kann ja eigentlich jeder schreiben. Die E-Mail-Adresse ist bekannt, steht auch auf der Apple-Webseite, kann somit von jedem angemeldet werden, wenn ihr Probleme anliegen oder einen Wunsch habt. Da gibt es immer wieder mal in den ganzen Newsforen und beiden Seiten in diesem Internet auch interessante Anekdoten, wenn der Herr Cook mal direkt persönlich antwortet. Die E-Mails werden alle beantwortet, die an ihn gehen, doch nicht alle an ihn. Er hat ein Team, das Mails vorsortiert und ihm dann so quasi die Interessanten in dem Sinn, wo er auch wirklich gut darauf reagieren kann, unterbreitet. Und anscheinend macht er jeden Morgen eine Stunde E-Mail-Antworten oder steht bei ihm auf dem Programm als erstes. Und da kommen eben unter anderem dann Mails rein. Die anderen Mails, die werden an führende Manager im Apple-Universum weitergegeben, je nachdem, welches Ressort das es betrifft. Somit wundert euch nicht, wenn plötzlich jemand anders antwortet als der Herr Cook. Auf jeden Fall, Antworten sind immer gut. Wozniak, ein ehemaliger Apple-Mitarbeiter, besser gesagt Mitbegründer mit Steve Jobs und dem dritten jungen Herrn damals, der hat sich beschwert. Gut, das macht er immer wieder mal, wenn ein neues Apple-Device draussen ist. Zum einen, aber auch, wenn die Konkurrenz Geräte rausbringt. Normalerweise bekommt er auch von der Konkurrenz mittlerweile immer die neuesten Geräte zugestellt. Wahrscheinlich hat er von aktuellen Geräten wie Samsung, Huawei etc. kein solches neues Falt-Smartphone bekommen. Und unter anderem deshalb wünscht er sich eventuell ein eigenes faltbares Smartphone aus dem Hause Apple. Da ist die Frage, Apple steigt ja selten als Erster irgendwo ein. Ausser damals beim iPhone. Auch das war nicht das Erste. Ja genau, ihr wisst ja, die ganze Geschichte. Apple geht meistens dann rein, wenn es ausgeklügelt ist und das ganze Produkt auch Hände und Füsse hat. Werden wir mal sehen, vielleicht kommt Apple mit sowas, vielleicht auch nicht. Würdet ihr es wollen, ein faltbares iPhone? Natürlich dann in gebrauchsfähig. Gerne mal über Social Media und oder Kommentare, E-Mail, wie auch immer ihr uns erreichen könnt, das wisst ihr ja. Updates auf Smartphones, das ist was Gutes. In den meisten Fällen sind es Sicherheitsupdates, sind es neue Features, die dazukommen. Und mittlerweile gibt es ja auch in der Android-Welt immer mehr Updates, auch auf einen gewissen Zeitraum. Zumindest wenn man Flagship-Phones sein eigen nennen darf. Manchmal aber können die auch verwirren. So passiert bei Xiaomi, dem neuesten Flaggschiff, dem Mi 9. Da gab es nämlich ein Update und das hatte grössere Auswirkungen. Ich meine so Änderungen in der GUI und so weiter, das kann ja mal passieren. Das Gerät schaut dann schlussendlich anders aus. Die Funktionen sind ein bisschen anders, im Idealfall optimierter und einfacher dargestellt. Manchmal aber kommt was komisches raus. Nämlich beim Mi Update ist die Notch gewachsen. Die geht jetzt nicht mehr so relativ steiler nach oben, sondern sehr flach und abgerundet. Ist natürlich gewöhnheitsbedürftig, aber wie es überall ist, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und man wird sich auch daran gewöhnen. Ein lustiges Update, wie ich finde. Der Google Home oder die Google Home Geschichte hatten wir ja vorher schon. Die haben ein grösseres Update, also die App für Android hat ein grösseres Update bekommen. Mit einer kleinen Funktion mehr. Neu kann man den Farbwechsel bei Lampen darüber auch steuern. Nicht nur dimmen und an und aus. Und ja, ich würde sagen, dass das noch nicht drin war. Ist eigentlich schade, aber jetzt ist es drin. Wer also darauf setzt, darf sich freuen. Zusammenschluss von Sunrise und UPC. Gestern gegen Nachmittagabend geisterte das durch die ganzen, vor allem Schweizer Newsblätter. Es waren Breaking News. Schon länger ist bekannt, dass sich da auf dem Schweizer Markt ein bisschen was tun muss. Die Swisscom ist nach wie vor mit Abstand der grösste Provider, hat somit auch große Marktmacht, war früher ja mal und immer noch ein bisschen Nationalprovider. Mittlerweile, ja, die beiden, sagen wir so, die beiden grossen, Sunrise und Salt, kämpfen schon seit Jahren. UPC, so darum geht es auch. Und jetzt ist es im trockenen Tücher. Aber Sunrise kauft sich UPC für 6,3 Millionen. Rund die Hälfte, 3,6 Millionen, also etwas mehr als die Hälfte, gehen aber direkt für die Schulden, die UPC hier in der Schweiz hat, drauf. Somit der Rest dann eben ans Mutterhaus. Und ja, das Ganze wird, oder die Kombination finde ich nicht schlecht. Sunrise ist im Bereich Mobilfunk, wie die Swisscom top. UPC ist im Bereich TV und Heiminternet top, wie die Swisscom. Und somit beides zusammen ist sicherlich keine schlechte Kombination, vor allem, dass es dann zwei grössere gibt in der Schweiz und wieder hoffentlich ein bisschen mehr, wie sagt man dem, Wettbewerb. Und genau. Ja, das waren es, die Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit habe. Ich freue mich, euch morgen am Freitag nochmals in den Tag zu begleiten. Dann sollte es auch mit 4 Uhr morgens klappen wieder. Dann habe ich mich ausgeschlafen. Ich gehe jetzt noch ein bisschen schlafen. Und ja, nachher werden Geek Talk TV-Folgen geschnitten und die Geek Talk News-Folge, speziell zum Mobile World Kongress. Zumindest die ersten TV-Folgen werden heute noch rausfallen, ob ich es mit der News auch schaffe. Ich will nicht zu viel versprechen, aber habt einen Blick in euren Podcatcher, respektive auf tv.geektalk.ch. In diesem Sinne, bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.